moment manchmal noch kurz schauen dass dem tisch auch wirklich da ist und die scheiße hier unten so es geht mit dem zweiten part in dem sinne von race zwischen serax und muss nur sagen wenn es weiter geht weil ich habe pause gedrückt ich weiß ich weiß und dass das race startet in 321 und weiter geht es natürlich ich hatte vor ein orgasmus deswegen habe ich sowohl für den wasser boss ich verstehe ich glaube ist jetzt ich glaube der braucht hilfe er hat den buch schnell verstanden das ist gut ist ich endlich wieder an ach so das glaube ich bei lässt sich von den vögeln kann das so ein bisschen von skype noch ein doch wie dort und ich habe drei und ich sehe vom spiel fast gar nichts mehr fuck you da hat er noch tint ja die kamera die denkt sich wieder so gestillt nö ich stelle mich verschwommen ach so dass es immer so ein bisschen anschaub ja das ist ungut ah ja ich habe ja das spiel hat wirklich eier aber auch das eier hat sich getroffen das waren gerade mega heiz ei 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 kann ich nur dazu sagen ei ei kapitieren ja wohl fällt voll drauf und da hat er den boss geschafft oh serax du solltest dich beeilen der war eigentlich easy job well done so kann jetzt halt der part guter es war wohl das zweite boss so der vorteil für mich ist jetzt ich habe die stage in der sehr args wahrscheinlich ist schon mal gespielt nein aua hier lang ja ich kann hier draufstehen aua was wie kann das denn treffen jetzt wäre ich fast versehentlich in meine stage doppelt gegangen vorsgesessen das geht überhaupt ich bin doch die dog und ich bin ein und ich bin ein und auch gut aua und lässt sich wieder von dem jen nein wo kann jetzt wird hier gewascht ich habe neben der oder gefallen auft jetzt kann der wohl natürlich in Führung gehen mit vorsprung ich habe ich gesagt jetzt geht auf der zudem die beiden sind abwärtscheid der Axt wo wir so gut aber jetzt noch zu proposischen dort der Maulsee er ist dunkel ich habe ich wollte nein wir haben ihn der Hauptbord der Hauptbord kann der jetzt her das ist der Grund dass es geht und ich sehe dieses Blitzchen auch bei die hat es eigentlich auch von euch die Studie ich könnte wohl sein aber ich habe es ja noch auch gut so und die nachhaltige und mal und so ergeben haupt schweißt ab ich bin da wieder und die Gäste auch ich hatte gerade eine geile Position nicht jetzt lege ich auf der fresse ja diese treffer sollte wohl vermeiden und das ding ist es wird geschickt ich glaube ich schaffe es ohne Leben oh ja o so Ulf kann noch einen Traffer einstecken und wenigstens bis jetzt glaube ich noch 4 oder 3 ich lebe wenigstens bis zum Mittelpunkt also ich meine jetzt nicht dein Leben sehr oft nicht mal jetzt nur dein Herz und Moment jetzt was ich mich kümmere haben der reichte aber das war Taktik shit genau aber auch nicht jetzt bin ich absichtlich gestorben weil ich dachte ich auch noch einen Scheiß das war dumm ah, da hat sich der wohl verschätzt komm wir rein aber er ist nicht gesprungen halt dich geil ich konnte mich gerade nicht festhalten wegen eines Lecks oh so ein Hurensohn ich habe gerade eben gedacht du stirbst noch das ist spannend noch gibt Darkwing nicht auf das war fies das war fies oh äh äh ja ein bisschen ich bin einig und bist du ich habe doppelst hui 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 nein 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 auch ich habe vergessen zu sagen die kann auch springen die Krokos die Säcke verpisst euch und ich bin fast tot du weißt zu sagen kleines h.i.i.i.i林 hallezüchtebruch erst mal sch presidente schoi schuss das jetzt so geht ihm trotzdem auf den Sack Arschloch hör auf da bist ey hab ich dachte Alter da kriegt er einfach noch Xerax hat es gerade eben geschafft er hatte noch einen einzigen Punkt und schafft es gerade noch mal in eine Live-Box zu kriegen Na was machst du guck mir unten? Arschloch das war einfach lecker gerade hab ich doch auch schon so wo es behält sie mehr das obwohl es einfach nicht wo es behält sich die Nerven nicht aus der Ruhe bringen lassen Hör Hör nicht anballert nicht abschließen überspringt ja unten du kannst mich mal okay hallo so was für ein geiles Race gerade nein, nein, nein ich dachte gerade, dass viel kommt noch runter dieses Mal kannst du mich, du Arschgesicht ich will das haben ich will das haben dann geht er ran da versuchte wohl strategisch zu arbeiten ja das mache ich auch klappt auch ganz gut nicht angreifen nicht zu viel wollen was glück, dass du was ein glück, dass du ein Leben bekommen hattest hey das ist ein glück, dass du ein Leben gekriegt hattest ja wow wow, das war style noch sieht es gut aus das war nicht stylisch gerade runter sehr schön sowohl kämpft sich hier stück für stück voran so oh fuck oh fuck ja, das kannst du laut sagen okay fuck so die Angst noch so richtig fuck ja, er behält die Nerven ja ich geh doch gut und ja, er hat den Boss erreicht oh jetzt wird es gefährlich hier bei mir ist auch fast äh 됩니다 spiel spiel bau spiel spiel accounts dumm dumm okay der nice lang strategie ist ein Wurf das erforscht und Wurf erforscht nach dem Boss aber er scheint nicht herausgefunden zu haben das känguru erst mal um zu nutzen mit null leben wollte der wolf zu viel jetzt muss er auf sicherheit und das hat er auch gemacht und das war der dritte boss von so damit durfte wohl theoretisch jetzt in führung liegen moriade ok ich weiß ich hab das wollen ach egal die die serie ist schon ein ganzes weitchen her aber ich weiß der moriath dieser komische ich meine jetzt ich meine jetzt die kinder ist also sind die kinder muss diese basket nach soja ich lasse ich schon wieder passen ja hier sind trendy beat drauf im intro das geht auch da hat der wohl wird neu draußen von dank könnt ihr fährlich werden für seerax das verschafft mit sie vorteilen auch hat ein trick mit dem wagen und ein roger ja 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 am Ende das ist nicht die so ein bisschen die Geschwister aber auch da war es noch nämlich und Leben von mir Arsch und dass ich noch ein Leben er hat versucht die 10 und schafft es natürlich auch du geh mal wieder zurück zu den Kingoos Basketballspielen ich komme da rein oh my god das war mies da hat sich wohl Jude durch die Petrolier hier schlagen und noch eine Lebensbox ich hasse euch sag mal du hast heute mit den Lebensboxen oder? ja, wusstest du das nicht? das war die Abflugnis verpisst dich ey! scheiß Kikuru ich glaube Wulf beginnt sein Vormarsch auszubauen einfach aufbauen er lässt sich gerade kaum aufhalten und Serks hat sich gerade selber einen Tod geschossen ja ich willst du Wulf leicht machen Wulf marschiert hier gerade schon durch das vierte Level durch wow ey wow go go Seraks da lässt er der Konkurrenz hinter sich und steigt immer weiter höher ohne ein Dauer zu kassieren ich hab mich die ganze Zeit verdammt doch hast du nein doch mach hin oh my god ey die Steuerung die Steuerung ist ein bisschen schwer aber wenn man sich damit eingefunden hat ist sie echt perfekt perfekt ist ja was anderes oh 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 da hat der Wulf schon das nächste Lager entdeckt und marschiert ganz souverän drauf zu und Serks hat gerade eben noch ein Lebens in der Lebensbox bekommen und ist jetzt gerade beim Boss angelangt da hat er sich verschätzt und hier wollte ich verarschen das ist wirklich das hat er sagt ja das war übel das war übel das war übel ja nur das war ein Rückschlag aber der Vorsprung ist noch da ja nicht mehr lange eventuell ja dem Spiel geht das schnell weil Serks hat ah ah ja er hat den Arsch geschossen wirklich er hat es geschafft er hat den dritten Boss gerade vermöbelt au damit ist die Führung gerade ein bisschen geschrumpft ja ja ich und Wulf muss sich eilen ach ich geht da nicht auch da oben ist auch noch helft ich hab der Reine gekommen ich hab der Reine gekommen geh rein mach ich nicht huuuu jetzt geht's mal Trailer Center das Flugzeug jetzt kann er sich nicht schnell zurücklehnen jetzt ist er gefordert ich lehne mich generell nicht das bist du so 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 dieses Mal du dreckiges Arschgesicht gehst du bist einfach aha ach ne m hey was soll das so Arschlof du mich nicht weh dich auf das war ein Volltreffer ja in meiner Eier auf ok mal zwischendurch wo ich das vor der Boss Türen beim Professor Moriarty doch wenn ich mein Gott schmeckt doch du scheiß Arschlof er wollte dich sprengen hast du auf das der schuppelt der Darkwing ja und dieser Boss ist schon schwieriger auf 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 ich kann mal schon wollen mal sehen wie wolf damit zurecht oh immer diese Scheiße ich bin tot da hat er den kleinen und ich bin echt zu blöd was war das gerade super ausgetrickst es hört interessant so genau noch eine lebenssnergie box ich verstehe ich verstehe okay wohlfahrt eine strategie entwickelt das war zwar tot aber eine strategie gefunden ich will es haben und ich kriege es weil ich das ihr habt das leben bekommen ja ich kann das nämlich von oben nicht sehen leider deswegen ach so ich habe jetzt hier du machst ja okay oh 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 nein 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 warum können die durchwerte schießen nein unfäre kacke gerade so wie der energie bekomme was hat ihn da getroffen aber kommt auch so hallo irgendwie denke ich gerade falsch und ich möchte die Anwesendung wie er Prozent der Drucker 8 Stunden ich bin nicht mehr von drüber aber das könnte bitter sein online Gesundheit so entspannt immerhin habe ich bin ich höflich du Arschloch ich meine es die Arschloch allein ich meine es die Arschloch ist dir kalt ohne Panzer oh ne scheiße ich finde das alles gerade wirklich spannend es ist gerade sehr spannend ja manchmal zu tun und vor allem jetzt wo es wieder ausschließlich ist das hat vor allem sogar gerade der Lebensenergie bekommen muss mich noch konzentriert oh wir sind halt die Arschloch ich bin das war ein paar Jahre okay Leben man nutzt den Pfeil du hast auch Pfeil Munition bekommen was für die Scheiße äh ja das tut mir jetzt leid so oder versuchte noch um zu raschen sorry Serax nix niemand hört nicht auf ja wohl es möchte möglichst schnell wir beim Boss sein aber er hat das ist jetzt ich will es sogar darstellt die 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 aber du willst ja nicht du Arschloch es ist es ist weiter knifflige Passage weg gefeuert doch mal du mich nicht du Dotterkopf aber wenn es die Dotterköpfe gibt dann muss ganz wird auch Eisenball sind woher man und wo es kämpft sich hier durch als jedes kein morgen zuerst Darkwing ich versuchte auch gerade ich mag dich ich mag dich nicht ich finde ich als sehr egal ja als Serie ist er geil das meine ich ein so schnell paar Karts böselecht es ist es ist es ist es ist es ist es ist ja da versuchte wohl ein bisschen durchzuraschen scheiß auf die Gegner jetzt schlössich wird aber leider getroffen ok jetzt müssen wir das Leben können sie doch heilen das macht er nicht da ist so eine Lücke und ich weiß nicht genau wie ich da reinkomme bevor ich das hin ja ja das ist wohl schon so heikel das könnte ja Zeitkosten aber jetzt brauchst du nicht mehr so und gleich nach oben ich wusste es dass du in meine Richtung schießst du so Ruf stratz sofort Richtung Boss gesundheit und du wirst nach unten shit und Boss wie geht denn ach du kacke hä was hat mir gerade schaden ah wow ey was ist das für eine scheiß Hitbox au mein da hat sich der wohl vom Schraubenschlüssel treffen lassen das ist ein Hammer glaube ich boah du dummes blödes Blitzchen ne das ist ein Schraubenschlüssel da ist er gestorben hat aber noch ein Leben ey ne der schießt ein Hammer aber ein Schraubenschlüssel was hat sie da behält er auch noch die und da hat er dir schafft und einen weiteren boah ich schwitze ich schwitze total und damit geht sie wohl auf Wiederanführung nö dreht dich doch um zum Säckel boah das ist ein würdiger Ding das hätte ich nicht mehr für möglich gehalten mein Dörr mein Dörr mein Dörr das ist ein knappes Rennen vom du dich hat die Technik mach weiter wir hatten wir haben ja klar äh schmacki der Vorsprung hat sich gerade ein bisschen mehr reduziert dann wird es also spannend wie es ja zu lassen ja auch geschlossen geblich auf der rekt 6 hat den Boss gerade mit voller Proben wird gemeistert und dann ist der Abstand eng zu holen er muss also klöppeln die es wird es wird ein Kopf an Kopf rein er hat also nicht noch nicht mehr ja ich lass mich mal kurz zweimal sterben so ist das ein Gegner oh yeah kann man gar nicht aber immer in Haschi erleben What the fuck denn leckt mich ein Wichser die sind ja total mies Ledermoz ist es tat jetzt könnte wohl ein Problem bekommen mit dieser Gegenwart ich glaube wir müssen bald mal wieder ein Schnitt machen was ist das Xerax liegt gerade gut er hat es zumindest geschafft nicht zu sterben ja wir müssen bald wieder ein Schnitt machen habe ich gesagt ja stimmt aus dem Start und dann sind wir jetzt beim nächsten Teil des Races wieder für dich bis zum nächsten Mal bis dann